Anna, was ist denn los? Was ist passiert? Hast du den Kopf gestoßen? Nein, mein Kopf tut einfach weh. Ich habe Kopfschmerzen. Oh meine Güte. Ach Mäuschen. Kannst du aufstehen? Komm, wir legen dich mal aufs Sofa. Ach, was machst du denn für Sachen? Genau, leg dich mal hier hin. Willst du die Erbsen weiter auf dem Kopf behalten? Ja, das ist ja schön. Komm her. Moment, ich mach mal gerade auf, ja? Bleib mal gerade liegen. Die 10-jährige Anna leidet regelmäßig unter Kopfschmerzattacken. Trotz umfangreicher Untersuchungen fand Hausärztin Mathilda Gabriel bisher nicht heraus, was der Schülerin fehlt. Ah, Frau Dr. Gabriel, schön, dass Sie da sind. Hallo, guten Tag, Frau Rütgers. Hallo. Ja, ich bin jetzt gerade vorbeigekommen und dann dachte ich, ich komme mal und wir besprechen die Befunde. Das ist ein ganz gutes Timing. Anna geht es gerade echt total schlecht. Ich habe sie gerade hier in der Küche gefunden. Die haben mich gerade so erschrocken, als ich Anna auf dem Boden habe liegen sehen. Also, sie hatten in letzter Zeit immer Kopfschmerzen und Nackenschmerzen. Ja, und jetzt war schon mehrfach der Hausarzt da. Und ich war jetzt gerade so froh, dass sie auch in dem Moment gerade hier war. Hm. Das kann wahrscheinlich da... Ich habe Ihnen doch das letzte Mal einen Schmerzsaft verschrieben, aber... Ja, das habe ich ja auch alles gegeben, aber mir ist auch schon aufgefallen, ne? Ja. Jetzt hat sie ja gerade so ein bisschen gezuckt. Also, dass hier irgendwie mit dem Nacken was hat. Sie greift sich auch ständig an den Nacken, also... Und wenn du in die Höhe guckst auch, geht das schwer? Ist das ein bisschen schwierig? Okay, sie ist ja auch ständig am Handy dran. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie... Sie sagen es gerade, was ich so eine Vermutung hätte, nicht? Okay. Ja, die Blutwerte waren alle in Ordnung. Und dann haben wir eben überlegt, woher die Kopfschmerzen kommen könnten, wenn es nicht organisch bedingt ist. Ob vielleicht die Möglichkeit besteht, dass der Nacken steif und verspannt ist, weil sie immer gerne aufs Handy schaut. Das Thema Handy, das ist wirklich... Also, wir haben wirklich ständig Streit deswegen. Ich habe echt den Verdacht, dass sie süchtig ist. Tja, also da müssten wir mal überlegen, ob wir was anderes noch zu Rate ziehen könnten. Ich kenne da die Möglichkeit, psychologische Hilfe sich zu holen, über die sogenannte Familienhelfer. Und da kenne ich auch jemanden und die könnte ich Ihnen empfehlen. Anna! Ja, Mama, ich komme gleich. Bist du immer noch im Bad? Jetzt mach mal die Tür auf. Anna, was ist denn los? Jetzt mach doch mal die Tür auf und gib mir das Handy raus. Ist mir nicht so was runtergefallen? Jetzt mach die Tür auf und gib mir das Handy raus. Nein! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Anna, jetzt komm raus! Nein! Das kann ja... Ich erhoffe mir von der Familienhelferin, dass sie mit Anna spricht, dass sie durchdringt zu Anna und rausfindet, was mit der Handysucht da... Oder ob sie wirklich eine Handysucht hat, was los ist mit ihr. Also Anna zieht sich noch mehr zurück, will gar nicht mehr raus, geht gar nicht mehr vor die Tür. Jetzt will sie auch gar nicht mehr schwimmen gehen, obwohl sie das immer so geliebt hat. Also, will auch nur noch alleine sein, kommuniziert ausschließlich über das Handy. Es ist furchtbar. Jetzt haben wir eine neue Handyregel eingeführt, seit der Arzt jetzt hier war, oder unsere Hausärztin, wir haben jetzt so eine Regel auferlegt, dass sie nach einer halben Stunde das Handy abgeben muss und es nach einer Stunde wieder bekommt. Und jetzt hat sie sich im Bad eingesperrt, jetzt gerade in dem Moment und will nicht rauskommen, weil sie das Handy nämlich abgeben muss. Ich meine, es ist zwar besser geworden seit dieser Regel, mit ihren Nackenschmerzen und Kopfschmerzen, was sie so hatte, aber ihr Verhalten hat sich gar nicht geändert. Also ich glaube wirklich, dass sie ihre Freundinnen einfach vermisst von früher und deshalb ständig mit denen schreibt. Naja, sie ist jetzt oben? Sie ist jetzt gerade oben, genau. Sollen wir mal zusammen hochgehen? Ja, gerne, gerne. Ja, komm, bitte. Ich bin heute zu Familie Rutgers gekommen, weil die kleine Anna, sie ist zehn Jahre alt, seit einiger Zeit in Verhaltensauffälligkeiten zeigt. Und das äußert sich darin, dass sie sich einfach nicht mehr von ihrem Handy lösen kann. Magst du mal rauskommen? Okay. Okay. Hier, Mama, das war wichtig. Hallo, Anna. Hallo. Das ist Frau Blumenthal. Das ist Anna. Okay. Ich würde vorschlagen, Frau Rutgers, gehen Sie doch einfach bitte nach unten und ich rede mit ihr alleine. Okay. Warten Sie einfach mal unten. Ich schau mal. Ich warte mal unten. Ja? Ja, vielen Dank. Okay. Mein erster Eindruck von Anna, im Grunde war sie zugänglich. Sie war zwar auch wütend, hat ihre Mutter das Handy in die Hand gedrückt und ist dann direkt auf ihr Zimmer gegangen. Aber das hat mich jetzt nicht gestört. Im Gegenteil, für mich war das ein ganz guter Einstieg. Was war denn jetzt? Mama wollte mein Handy nehmen, aber ich wollte es nicht. Du machst eigentlich im Moment, also es ist auf jeden Fall das, was deine Mama mir erzählt hat, dass du eigentlich nur noch damit beschäftigt bist und gar nichts mehr machst. Auch keine Sachen mehr, die dir total viel Spaß machen. Stimmt das? Ja. Also zum Beispiel, du hast ja auch einen Pokal, sehe ich gerade, ne? Also so schwimmen gehen. Ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Aber irgendetwas treibt dich ja um und da bin ich gerne für dich da, ne? Ich recherchiere halt im Internet, Schausaufgaben oder so. Aber ich würde gerne mit dir und deiner Mama eine Übung machen oder eine Spielaktion, sagt man auch dazu, sodass du nicht ganz so viel reden musst, aber die so ein bisschen zeigen kann, wie so deine Stimmungsfarben sind in deinem Körper. Was hältst du davon? Okay. Es war ganz interessant, sich mit Anna zu unterhalten, weil sie auch sehr guten Augenkontakt hatte. Das zeigt auch so eine gewisse Reife, das dieses Mädchen auch hat. Und ich arbeite sehr, sehr gerne mit Aktionen, weil oft kommt man ja über die Sprache oder über das Wort oder die reine Kommunikation nicht weiter. Und da Anna ja auch so offen war, habe ich sie direkt eingeladen und ihre Mutter auch integriert, einfach zu schauen, was sind ihre inneren Stimmungsbilder und was dabei rauskam. Das war sehr interessant. Bei der Farbkreisaktion soll die Zehnjährige den Bereichen Freizeit, Schule, Familie und sich selbst Farben zuordnen. Das hilft der Therapeutin einzugrenzen, wo der Grund für Annas Rückzug und für ihren starken Handykonsum liegt. Aus dem Bauchhaus wählst du jetzt mal für diesen Kreis außen, den habe ich ja genannt, erstmal Freizeit, eine Farbe aus. Okay, blau, ne? Das ist ja eine Farbe, die steht, wofür steht die für dich? Für den Himmel, weil ich den Himmel öfters mal beobachte. Mit dem Schulkreis in Sonnengelb und dem Familienkreis in Dunkelblau verbindet die Schülerin nur Positives. Doch die Farbe der Kreismitte, die für Anna selbst steht, alarmiert Rosella Blumenthal. Zumal sich die Zehnjährige auch sichtbar verschließt. Warum wählst du Rot für dich? Ist das Gefahr? Ja, aber deine Körperhaltung sagt jetzt aber was anderes an. Schau mich bitte an. Warum wählst du Rot für dich? Ist hier irgendetwas widerfahren? Ist hier irgendetwas passiert? Mhm. Ja? Anna, du kannst doch alles erzählen, das weißt du doch. Mhm. Was ist hier denn passiert? Hat dich irgendjemand verletzt? Oder, weil es würde ja auch zum Beispiel auch stehen für Blut, ne? Anna. Ich, hast du deine Rede bekommen? Ja. Ach, Mäuschen. Aber das kannst du doch erzählen. Wir haben doch drüber gesprochen. Anna hat Rot gewählt, tatsächlich, weil Rot auch für Blut steht. Und als ich das ausgesprochen hab, ist Anna direkt in eine Körperhaltung gegangen, die man so Implodieren nennt, in sich Einsacken nennt. Da war für mich klar, da geht, da geht es lang. Das hättest du doch sagen können. Ich dachte halt, ich wäre nicht normal, weil du gesagt hast, dass man das erst mit 13, 14 bekommt. Ja, aber das ist doch nicht schlimm. Du bist total normal. Es ist alles, man kann es auch früher bekommen. Aber ich bin doch erst 10. Ach, Süße. Ist das auch der Grund, warum du nicht mehr ins Schwimmbad wolltest? Und ich, ja, okay. Jetzt, ja, jetzt macht das alles eben auch Sinn. Ja, jetzt macht das alles auch Sinn, ganz genau. Aber in welchem Zusammenhang steht das jetzt mit dem Handy? Ich hab halt ganz viel recherchiert darüber. Ja, da sprichst du dafür, dass du ja auch ein sehr aufgewecktes Mädchen bist. Und du wolltest dich informieren, ob das alles stimmt, ob das normal ist oder nicht. Ich bin so froh, dass wir jetzt drüber gesprochen haben. Okay, ja, ist überhaupt nichts Schlimmes. Ja, ja.